Hallo liebe Hater Warum kriegen wir nichts geraten, warum fangst du nicht, du Kek? Keine Ahnung Reden Hatsimpeln Haten Alles mögliche Hier bei der Stricklose Nur bei der Stricklose Deine Ahnung Nur bei der Stricklose BAM Leute Was geht, hallo Herr Taner, hallo Herr Tanerin, hallo liebe Hater Hallo liebe Hater Hier nur eine kleine Sonntagsbrunchtime Stimmungsloge nach dem gestrigen Auswärtsspiel Bei Schalke Gelsenkirchen Wie man bei uns sagt Was 2 zu 2 ausgegangen ist Und ich habe diesmal gar nicht so viel zu haten Was soll ich sagen Es ist ein gerechtes Ergebnis, würde ich erstmal sagen Und mir hat Das Spiel eigentlich von uns ganz gut gefallen Muss ich, also das sage ich jetzt erstmal so Ich weiß, dass wieder dann wahrscheinlich ein bisschen Hate kommt Aber ich fand es besser als die letzten Spiele Komischerweise Auswärts Tun wir uns einfach leichter Spielen irgendwie Ja, abgeklärter vielleicht Weil wir das Spiel erstmal nicht machen müssen Sondern hinten sicher stehen wollen Keine Ahnung Ballbesitz leichter ist Ohne dass wir denken Wir müssen jetzt irgendwas krasses kreieren Oder so Also ich fand es sah alles erstmal ordentlich aus Schalke hat die ersten Minuten Schon gedrückt So dass man dachte Okay, die wollen was Und Wir haben aber eigentlich sicher gestanden Und dann macht Cousins einfach mit einer geilen Aktion Das 1-0 Was man könnte auch sagen Ja, Torwart muss den natürlich haben Aber trotzdem geil gemacht Das ist ja genau das, was ich sage Einfach mal rauf halten Das ist immer besser als nicht rauf zu schießen Sondern irgendwie Larifari nur rum zu schnockeln irgendwie Und wir führen 1-0 auf Schalke Hat uns gut getan Sicherheit gegeben Wir waren dann schon die Mannschaft Wo man dachte, oh krass, das kann heute was werden Und dann halt Schalke mit einer mega guten Aktion zum 1-1 Karamack glaube ich Karamack Karamann Karamack war glaube ich der geile Karamellriegel, den ich früher mal gegessen habe Karamann ist glaube ich der Typ, der das Tor geschossen hat Karamack ist der geile Karamellriegel Genau, so ist es Auf jeden Fall schön gespielt, kann man sagen Ja gut, das ist einfach ein schönes Tor, Alter Und muss man vielleicht auch denen einfach zugestehen, war ein geiles Tor 1-1, bam Dann allerdings ist 1-2, auch schön gespielt Aber da war auch schon wieder, dass man dachte Digga, Alter, wie viele Leute von uns stehen denn da bitte im eigenen Strafraum rum Und trotzdem zwirbelt er das Ding irgendwie ins Tor Schalke hat noch unseren Torwart irgendwie umgerannt Wo glaube ich deswegen auch diskutiert wurde Ob das jetzt hätte abgefiffen werden müssen oder nicht Dann steht es plötzlich 2-1 für Schalke Und man denkt so, oh fuck, das könnte schief gehen Und wir stehen dann schon wieder mit Garnisch da Und dann war Schalke auch wirklich eigentlich dem 3-1 näher als wir dem Ausgleich So ehrlich muss man einfach sein Das hätte passieren können Es hätte passieren können und dann hätten wir uns auch nicht beschweren müssen Aber wir haben dann alles probiert und haben auch gut ausgewechselt Und überhaupt fand ich, ich ziehe mal meine Harry Potter Brille auf Ich fand die Ausstellung geil, muss ich sagen, die er gemacht hat Also mit unverändert Sefrig, Dardai, Leisner, Kenny Dardai mit einer frühen gelben Karte in der zweiten Minute Hat das aber richtig geil gespielt Clemens auf der Position von Demmer Hat es, finde ich, auch sehr ordentlich gemacht Maser, ja, hat, glaube ich, den Fehler zum 1-2 gemacht Wo er am Spieler dran ist Aber einfach unglücklich den Ball selber vorlegt Aber ansonsten fand ich den eigentlich auch wie immer ordentlich Hat geile Sachen gemacht Cesar, merkt man, der ist halt noch raus Aber man merkt ihm an, dass der Bock hat zu spielen Und dass da Potenzial drin ist Ich fand es gut, dass Schernd in der Mitte gespielt hat Sturm Mitte Cousins Super geiler Spieler Einfach hat ein paar Mal Sachen gemacht Überkrass gerannt Alles gegeben Der Typ ist einfach geil Oh, meine Brille ist voll dreckig, sehe ich gerade Oh, Mann Hat sich ja wieder ein Kind drauf getatscht Thor Steinsen fand ich überhaupt nicht gut Hat mir überhaupt nicht gefallen Ziemlich langsam, finde ich, ihn Und hat auch, finde ich, keine guten Actions gemacht Der einzige, wo ich finde, der war jetzt nicht so cool Aber gut, ist ja auch relativ neu Hat mich aber nicht überzeugt Dann kommt der Wechsel Palko, Flo Niederlechner und Smile Previac Den, wo ich ja noch schon gesagt habe Gibt ihm eher die Chance Also jetzt nicht als Schernd, aber als Einwechselspieler Als dass er jetzt hier Schula bringt Oder Maser auf die Elf zieht oder sowas Und ich finde Jetzt, um mich mal selbst zu beweihräuchern Gegenüber Dennis Ich muss mal kurz gucken Ist das hier Ja, so ist doch besser Gegenüber Dennis Der ihn ja praktisch gar nicht in der Mannschaft sieht Ich finde, er hat sofort gezeigt Dass er der Typ ist Der eigentlich am meisten passt in der Mitte Es gibt ja Leute, die sagen Er passt nicht zu unserem Spielsystem Aber ich finde, dass der halt Fluppe noch am ähnlichsten ist Weil er den Ball halt geil festmachen kann Und auch ablegt Der ist so groß, ey Und schwer Also vom Innenverteidiger einfach schwer Vom Körper her halt praktisch wegzuchecken oder so Dass er halt einfach die Bälle auch geil annimmt Und weg ablegt auf die Mittelfeldspieler Das hat er auch 2-3 Mal gemacht Er hatte nur 20 Minuten Und da hat er schon gezeigt Dass das wert ist Finde ich Und Ja, auch beim Elfmeter Klar ist ein Elfmeter Flo Niederlechner wird eigentlich krass gefoult Dann gibt es noch eine zweite Aktion Wo Clemens Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt ein Foul war Aber gut, er hat es gepfiffen Für uns Cool Und dann schnappt sich Smile den Ball Was auch cool ist Dass er da die Dicke Hose hat Und sagt Pass auf Das ist meine erste Chance hier Ich will die gleich mit dem Tor nutzen Und macht den Elfer auch abgezockt rein Finde ich geil Und ich hoffe Dass er jetzt öfter die Chance kriegt Weil schließlich ist er Ich glaube Bosnischer Nationalspieler oder so Und Finde, dass er es sich auch verdient hat Vielleicht sich da wieder festzuspielen Auf jeden Fall ein Typ Der die Flanken besser wegköpfen kann Ist auch einer, der im eigenen Strafraum Bei gefährlichen Sachen nochmal helfen kann Die Sachen rauszuköpfen Weil er auch eine lange Kante ist Ich würde da jetzt an Fiellos Stelle auf ihn setzen Ein bisschen mehr Fazit Aber am Ende Finde ich Korrektes Ergebnis 2-2 Für uns eigentlich zu wenig Muss man sagen Von den Von den letzten Spielen her Aber gut Wir hatten mehr Torschüsse Ballbesitz hatte Schalke mehr Ja, aus den Ecken haben wir wieder wenig gemacht Aber was soll es Und So ist es So ist es einfach Wenn man sich jetzt die Tabelle anguckt Karlsruhe hat 3-3 gespielt Paderborn Überzeugend 3-0 Köln Überzeugend gegen Ulm Heute spielt Düsseldorf gegen den HSV noch Fürth gegen Magdeburg Braunschweig Hannover Heißt Wir Sind Sechs Punkte Naja Okay, sagen wir mal Vielleicht im schlimmsten Falle Fünf Punkte hinter Paderborn Fünf hinter Karlsruhe Also es hätte deutlich schlimmer kommen können Also mit dem Punkt können wir gut leben Aber jetzt gibt es keine Ausrede im nächsten Spiel gegen Braunschweig zu Hause Wenn wir das nicht holen Dann gibt es einen krassen Hate-Stream von mir So Leute, das soll es gewesen sein Ich Fliege nämlich Morgen in aller Frühe weg Nach Malle Geburtstag feiern Von Mappy Erstmal morgen und dann Main Komme auch gerade aus Rom Bin noch richtig fertig Wir haben da eine geile Party gemacht Ich war bei David fucking Gilmore Es war ein fantastisches Konzert Überkrass War ich mit meinem Kumpel Wojtek Es waren zwei, eigentlich drei überragende Tage in Rom Gut gegessen Krass viel getrunken Ein super Konzert gesehen Und am nächsten Tag noch schön gequasselt Rotwein getrunken Durch die Straßen gezogen Ach mit dem Kumpel Was gibt es Schöneres Dann zurückgekommen Und ja Hertha geguckt Und jetzt geht es schon wieder weiter Ich Küss eure Augen Leute Bleibt stabil auf jeden Fall Lasst euch nicht runterziehen Der Punkt ist besser als nichts Und ja Hoffen wir mal Dass jetzt So Ich weiß jetzt nicht Dämme Ob er jetzt länger ausfällt oder nicht Aber so Dass sie sich unsere Situation Da vielleicht langsam ein bisschen klärt Und Das muss man ja auch mal wirklich sagen Uns fehlen viele Leute Und Ja Mit dem Unerwarteten Abgang von Kempfi Ist das halt auch hart Muss man einfach sagen Und dafür War der Punkt gestern ganz gut Hoffen wir jetzt kommen ein paar zurück Und dass wir dann Wenigstens gegen Braunschweig den Dreier mal einfallen Einfahren Und oben dran bleiben Das soll es gewesen sein Küsschen Und wir sehen uns Ja wahrscheinlich erst nächste Woche wieder Bis dann ist ja eh Pause Also Trinkt einen auf mich Ich werde alt Am nächsten Samstag Bis dann, ciao